verstehe ich nicht jetzt haben wir zwei. was ist das? zentralheizung? wir machen mal die zentralheizung habe ich hier eine zeitliche vorgabe oder so? das kann ich hier machen aktivieren wir das. schicken das ding wieder hoch. ich verbrenne mich. jetzt habe ich den strom da hoch geschickt. keine ahnung was mir das gebracht hat das wird schon richtig sein. auf dieser seite ach so das heißt ich kann jetzt hier runter mich dann umbringen ach nee hier ist mein chef. so jetzt habe ich das mit strom versehen. warum habe ich das getan? ich muss irgendwie da hochkommen zum blauen obwohl ich habe das blaue doch deaktiviert oder nicht? alles klar stefko danke dir für die info weiss ich werde ich vielleicht später noch machen ich glaube ich habe ein bisschen scheisse gebaut. kann ich das eigentlich noch rückgängig machen? moment mal. ich will mal gucken ob das geht. wenn ich jetzt ach nein ich muss es natürlich zuerst aktivieren. ich dödel. so jetzt. jetzt hat blauer strom. aber jetzt ist die andere seite zu. ah nee warte. wir hatten ja. da war schon richtig was ich gemacht habe. es war schon richtig. ich hoffe wieder so viele leute. nur weil ich zu blöde bin. mal raus zu klicken. so jetzt ist grün aus. und einer ist zu. etwas anderes aber noch ganz schnell. was ist wenn ich das hier aktiviere? ach so dann geht das zu. aber jetzt habe ich es ja schon aktiviert. ah jetzt habe ich es natürlich. so gut okay. jetzt kann ich nämlich den hier klicken. so kann ich mich umbringen. ich kann mit dem jetzt rüber. und habe jetzt die methode mich zu killen. das ist es. so. ach so. nein das war es auch nicht. oder? ah doch. tadaaa. können wir hier runter hopsen. so. den aktivieren. so. unten durch. na mh. zuerst will ich aber chef füttern. ich mag chef. auch wenn er mich immer isst. so. jetzt kann ich unten spawnen. und dann. oh. ist die tür noch nicht offen. warte mal. weil das jetzt umgeleitet wird. ich muss noch ganz kurz was testen. ist die tür jetzt offen? wenn ich da drauf klicken. dann ist die tür offen. okay. okay. dann probieren wir zuerst noch ganz schnell was. runter mit dir. aber ich kann mich jetzt nicht umbringen. so. 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 das aktiviere ich automatisch. wenn blau aktiv ist. dann ist diese tür zu. Zwischenzeit. then. Ich habe eine Idee, sowieso kann es vielleicht klappen. Tausend Mann haben wir schon geopfert. Tausend Mann. Das klappt natürlich auch nicht. Ich will Jeff füttern. Ich will Jeff füttern. Ich kann nicht ohne, Jeff. Könnte ja jetzt auch unten durch. Müsste ich gar nicht so machen. Jetzt ist sie hier zu. Ne? Upsala. Jetzt ist sie hier zu. Und sie ist offen. Das ist aber nicht mehr wichtig, weil jetzt kann ich... Nein, nein, nein. Und jetzt springe ich noch nicht zum Kelch, sondern ich bringe mich hier um. Und habe vergessen den runter zu schicken. Clever. Ganz clever. Jetzt haben wir es. Guten Appetit mein Lieber. Den Helm hat er wieder ausgespuckt. Den Mager wohl nicht. Gut. So schwierig war das Level jetzt hier nicht. Kriege ich noch was? Jawoll. Partyhut bringt etwas Leichtigkeit zu dem eigentlichen Begräbnis. Die wird bitte benötigt. Definitiv. So viel wie hier. Spachtel. 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 Die Säuberungs-Crew. Die Säuberungs-Crew wird es schätzen, wenn du ihnen die Spachtel zurücklässt. Damit sie dich vom Boden runter kratzen können. Ich kann es auch überträumen. Okay. Okay. Lava ist uncool. Also jetzt kommt es. Die mächtige Uta heisst die Person hier. Jeff. 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 Wurde gestillt. Okay. Ich weiss wie es geht. Spalty. Guten Abend mein lieber Spalty. Jetzt bringe ich mich um. Hopp. 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 So. Mach mir das. Upsala. 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 Ja jetzt. Ich drauf. Ups. Schnell. Es verbrennt dann die Leiche unten. Dann kann ich. Hier drauf. Schön. Ja. Ja. Hopp. Da hier ist total unlogisch. Holz und. Und. Lava. Aber sei es drum. aber jetzt könnte dann langsam auch mal ein anderes setting kommen genau in dem moment muss sagen und es wieder hoch aber das ist einfach was runtergefahren ich kann über alles reden nicht Lava nicht Lava stopp die Lava nein oh Gott halt dich fest noch mal von vorne das schaffen wir schon ich glaube an mich chef essen ok das Lava drückt es hoch das war scheiße ja ich weiss wie es geht so hier tot spawn spawn los nein 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 jetzt verschwindet es wieder dich verbraten wieder Leute jetzt 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 jawoll das ist gut weiß ich nicht warum ich hier leute opfern muss komm wir noch hoch noch weiter hoch komm das schaffen wir schon immer ein bisschen genau nochmal bis er noch ein bisschen wow wow hoffen wir dass ich nicht sterbe der verbindlichsten dank hoch ups schreck komm schon hero zwerg hallüchen guten abend nein ich habe das buch in dessen noch nicht gesehen ich weiß triumpfmoment und so ich mache das dann noch keine ahnung sehr schön und meins okay fahrleute geopfert feuerwehr ritter verstehen anscheinend nicht das ist einen unterschied zwischen einem feuerwehrmann und einem mann der feuer gefangen hat gibt ja ja deswegen würde ich sie ja auch was so jetzt die berge okay nein 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 ich bin so früh jetzt ich finde es schön ich habe so viele verschiedene helme ist es nicht also upsala das ist nicht das ziel der sache ich kann chef wieder füttern du bist die frage wie ja ich habe der dessen bald erreicht ja nicht dass ich so hoch springen kann ich bräuchte dafür zwei leute oder ja doch es geht wo bekommst chef nein genau die lücke gefunden aber auch exakt die lücke gefunden leon guten abend so erstes level sehr erfolgreich absolut nachnäckigkeit führt zum süd ja ja super schnell okay hier können wir es in bewegung setzen wie können wir es ausschalten wir schalten es mal aus wir füttern chef da machen wir im eiltempo ach so funktioniert es ja natürlich natürlich es ist klar die opfer nur ein paar hui 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 ach so ich hätte auch so zu chef rüber gekannt natürlich wenn das feuer dann unten ist wenn wir rüber wie das spiel heißt ähm gute frage ich habe den namen schon wieder vergessen steht auch im titel dachte ich mal im titel nach die bürger während der kirch des lebens noch unentdeckt ist häufen sich die goldschätze an während die ritter in den bergen voller gefahren vor kälte zittern die sind bloß froh ihre ski unterwäsche eingebracht zu haben dachte schon irgendwie episch hier bis dann wie geht's gut leon danke der nachfrage ich hoffe dir selber auch ich hoffe allen geht's gut und dass das spiel euch gefällt ich habe meinen spaß okay okay nee das muss ich anders machen momentchen okay die brennen sofort die brennen sofort jetzt will ich eins gucken wenn ich das nein der hier genau du ich mach mal ganz kurz ganz kurz ne kletter zu brutal kletterwand hier ja wenn ich es jetzt lösen würde ich könnte es wand ab machen natürlich warte mal wir nehmen zu und dann mache ich es wand ab aber ich wittere zuerst mal chef mal gucken ob das geht chef nein das spiel kostet 9,90 euro bei psn ich persönlich finde es sehr sehr amüsant ja warte mal nein ich will ja ja perfekt ich komme ich will aber was ausprobieren bevor ich komme oh nein das geht ja nicht egal wir klettern hoch ups scheiße und so meins nein leon habe ich nicht flügelhelm um noch mehr zu beeindrucken spiele walkeners walkenritt im hintergrund ok zylinder weil es nicht sein kann dass sich abraham lincoln fresh esther und mr peanut alle getäuscht haben guten abend und alle die dazu gekommen sind jetzt habe ich den helm schon an ja jetzt kommt wird es spitzig 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 ach so natürlich jetzt weiss ich wie es geht moment äh nein also ich weiss wie es geht moment wir lassen wir lassen den zylinder da moment kommt er zurück und zack und zack so funktioniert es nexus hast du payday 2 oder kennst du es überhaupt nein kenn ich nicht noch nie gespielt keine ahnung und jetzt kriegst du was leckeres zu essen oh fuck ich muss es viel weiter vorne machen ansonsten kriegt das gar nicht ein bisschen bewegen könntest du dich schon auch chef danke okay fire bewegt sich hier unten irgendetwas okay also wenn ich mich jetzt hier umringe ne dann können wir das da füllen das ist es irgendwie auch nicht so ne okay jetzt hat es aufgehört da zu brennen ach so okay so wir haben es upsala what take out du bist auch wieder dabei freut mich geht eigentlich mega fix so nur ein paar minütchen dann hat man schon das eine oder das andere level gemacht das ist schon geil also für einen abend wo man langeweile hat ist das spiel super cool geeignet wenn man so wirklich gar nicht weiss was machen es wiederholt sich halt ein bisschen viel das ist immer müssen das gleiche ja warum nicht okay stacheln keine stacheln wir haben stacheln immer mal ein paar stacheln ich gehe hier mal mit ups ich gehe noch nicht mit ich gehe gleich mit ein paar von mir gehen mit ach komm wir machen sie mal kurz voll hier zack so hoppe die hoppe die hoppe jetzt bringen die mit die oben ist nämlich ja garantiert chef hallo ich weiß nicht warum die den chef getauft haben ich bin chef nicht gut als name ups oh das war nicht das ziel ups aber wenn so viele da also irgendwie muss ich ja durchkommen ne zappelot noch mal nein sag mal spinnig ich erwische aber auch jedes mal irgendwas ist nicht gut gerade jetzt aber das muss funktionieren und meine fress aber wenn hier vorne so ist voll und irgendwann muss es gehen also ich fülle jetzt einfach die irgendwann komme ich durch ich komme irgendwann durch kann nicht sein dass er jedes mal töte der sagt ja nein aber nicht nein dann müsste ich das ding aber auch nein also ich muss das eigentlich füllen naja ein paar kann ich sicher entbehren und wenn ich den jetzt hier loslasse ja warte mal es brennt ja noch warte 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 was ist wenn ich selber durch springe wie ich es vorhin schon gemacht habe aber wir machen es einfach auf dem normalen Weg so hier warum brauche ich hier eigentlich leichten ich muss den hier deaktivieren wann brandt er muss doch irgendwie auch stoppen mit mit brand kann doch hier sicher gut guten abend hallöchen wie kann ich das wieder beenden hier er wird jetzt nein warte wenn ich ihn festhalte dann verbrennt er nicht oder ach so nein warte noch ein stückchen nein nicht du faule Socke ok 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 ich muss noch mal ich muss noch mal ein paar rauf schaffen zum Glück habe ich nicht so viele aufgebraucht so und jetzt ja direkt ein direkter dann krieg ich das ein paar stacheln ähm so jetzt funktioniert es na hallelujah gut das freut mich das freut mich das freut mich gut